Also, die grüne Vermögensteuer, dann führe ich sie ein, die soll wirklich nur die Superreichen treffen. Ab wann ist man denn in den Augen der Grünen Superreich? Wir können jetzt irgendwelche Geldbeträge festlegen. Das ist bei Vermögen ziemlich schwierig. Wir haben gerade darüber geredet, wie kompliziert das ist. Deswegen sage ich, das kann sich jeder vorstellen. Es gibt Leute, die legen ihren Gästen als Betthupfer ein Rolex auf den Nachttisch und die gehören für mich zu den Superreichen. Wir haben über das eine Prozent, ja, die gibt es, Herr Kauder. Ich glaube, dass das Leute sind, mit solchen nicht. Frau Göring-Ecker. Ich glaube, dass das Leute sind, wenn ich das einfach noch... Ich habe noch nie getroffen, die mir hier nichts aufs Netz legen. Sie übernachten in den falschen Betten, Herr Kauder. Ich habe noch nie getroffen. Entschuldigung. Aber ganz lustig. Entschuldigung.